Auch schon in der Antike waren die Athleten der Olympischen Spiele Superstars. Natürlich nur, wenn sie gewonnen hatten. Der Sieger erhielt den Lorbeerkranz und ewigen Ruhm. Um viele ranken sich Legenden. Milan von Croton, Ringkämpfer, auch Fettklos genannt. Er soll täglich 8 kg Fleisch verputzt haben. Theogenes, Faustkämpfer. 1300 Siege gehen auf sein Konto. Seiner Statue werden Heilkräfte nachgesagt. Und der berüchtigte Ringer Arichion. Selbst als er im Sterben liegt, soll er seinem Gegner noch einen C ausgerenkt haben. Aber auch manche Loser bleiben im Gedächtnis. Apollonius kam zu spät zum Wettkampf und wurde ausgeschlossen. Eupolus flog wegen Korruption auf. Und ein anderer Theogenes wurde hart bestraft, weil er die Zuschauer langweilte. Beim Dring. Schulz. 样. Vielen Dank.